Sie möchten praxisorientierten Unterricht gestalten? Ihre Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, fachliche, methodische und soziale Kompetenzen zu erwerben? Sie möchten, dass sich Ihre Schüler ehrenamtlich engagieren und lernen, Verantwortung für sich und für andere zu übernehmen? All diese Dinge können Sie mit Service-Learning erreichen. Mit unserem Service-Learning-Programm Sozialgenial Schüler engagieren sich, unterstützen wir Sie dabei. Wie genau? Das erzähle ich Ihnen jetzt. Unser Anspruch. Wir machen es Ihnen so einfach wie möglich, Service-Learning an Ihrer Schule umzusetzen. Wir haben ein praxiserprobtes Konzept. Wir lassen Ihnen die größtmögliche Freiheit bei der Umsetzung Ihrer Projekte. Wir ermöglichen den Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer unter unseren über 800 Mitgliedsschulen. Durch unsere Kooperationsverträge mit den zuständigen Bildungs- und Kultusministerien gilt, Sozialgenial ist Unterrichtszeit. Die Schülerinnen und Schüler sind also während Ihres Engagements versichert. Und zu guter Letzt ist das Mitmachen bei Sozialgenial kostenlos. So unterstützen wir Sie ganz konkret. Mit der Sozialgenial Materialbox können Sie Ihre Service-Learning-Projekte eigenständig umsetzen. Die Materialbox enthält Unterrichtsmaterial, Planungshilfen und Mustertexte, die Sie sofort einsetzen können. So können Sie auch ganz einfach schon bestehende Engagementprojekte an Ihrer Schule zu Service-Learning-Projekten weiterentwickeln. Darüber hinaus bieten wir regelmäßig Seminare und Webinare an, um Sie bei der Umsetzung und Weiterentwicklung Ihrer Service-Learning-Projekte zu unterstützen. Mit Angeboten zum kollegialen Austausch fördern wir das Kennenlernen und den Wissenstransfer zwischen unseren Mitgliedsschulen. Auf der Online-Plattform Campus Sozialgenial stellen wir Ihnen unsere Materialien zur Verfügung und Sie können auch selbst Material teilen, sich austauschen und vernetzen. In unserem Newsletter Wissenswert stellen wir regelmäßig gute Beispiele unserer Mitgliedsschulen vor und informieren Sie über Neuigkeiten bei Sozialgenial. Mit den Sozialgenial-Zertifikaten können Sie Ihre Schülerinnen und Schüler zum Abschluss eines Projektes für Ihr Engagement auszeichnen. Und mit dem Sozialgenial-Schulschild zeigen Sie für alle sichtbar, dass Engagement an Ihrer Schule großgeschrieben wird. Haben wir Sie überzeugt? Dann machen auch Sie mit bei Sozialgenial. Das Mitmachen bei Sozialgenial ist kostenlos und mit keinen Verpflichtungen verbunden. Einfach Anmeldeformular ausfüllen und abschicken und dann können Sie auch gleich loslegen mit Ihrem ersten Sozialgenial-Projekt. Wenn Sie mehr über das Programm Sozialgenial Schüler engagieren sich erfahren möchten und darüber, wie Service-Learning-Projekte mit Sozialgenial umgesetzt werden können, dann schauen Sie sich unsere Videos dazu an.